So Leute, da geht's mit Breakfast weiter und wir machen heute Mid-Size Mayhem. Das darf ich natürlich nicht nehmen, das Auto. Warum sollte man auch mein Auto nehmen dürfen? Das ist auch nichts Problem. Dann machen wir das so. Und dann haben wir ein bisschen Kohle noch für Upgrades. Das heißt, wir dürfen ein bisschen Robustheit mit reinpacken. Ja, das geht. Komm. Robustheit ist ja, glaube ich, wahrscheinlich erlaubt, ne? Jetzt. Haha, du darfst nicht. Ja, ist gut. So. Ach, Mann. Ich werde... So, Upgrades. Also, ich bin so weit rausgegangen, muss ich sehen. So, haben wir das alles jetzt? Ne, haben wir alles drin. Einmal mit. So. Und jetzt dürfen wir fahren. Was haben wir für die Klasse dürfen nehmen? Ja, Klasse C wahrscheinlich. Okay, gehen wir rein. In's den Tag. Wir holen im Fahren ein kleines Demolition Derby. Das heißt, wir hauen uns wieder auf die Fresse. Last Man Standing hier bei Wakefest. Robustheit haben wir ja drin. Das heißt, das Auto sollte ein bisschen... Die Robustheit sollte es vielleicht ein bisschen in den Arsch retten können. Gut. Gehen wir rein ins Match. So, Gegner 23. Ziel ist es, das finde ich wirklich zu zerstören. Das versuchen wir auch gerade. Wieder auch schon wieder ein Fahren. Ich habe schon was mitgenommen. Haben wir überhaupt eine Aufgabe? Zerstören drei Gegner und 32.000 Schaden. Ja, ist er weg. Mein Auto. Mein Gegner. Mein Auto. Mein Gegner. Der Nächste, der raus ist, ist aber nicht durch uns. Leider. Auf jeden Fall, die Schaden ist anzeige schon mal erreicht. Nur noch kein Schaden. Auf jeden Fall, haben Sie mal einen gut mitgenommen. er Bruttungen nicht damit nachdem, Herrgern sah. Ich habe einen Schaden belexa Ahh, wenn Sie mir einmal auch wiederhol Ver Markusle, Musik gut von mirijken Dermis, sie mir in Schaden und her schaden Büro, Bye bye. Buh. Bis zum nächsten Wurzü, Schaden, Fashion haben Sieüne neue bouten Kanzler, jetzt habe ich nicht bekommen gekillt jawohl jetzt haben wir den zweiten kill genommen den würde ich mir auch haben den kollegen und ziel erreicht ich glaube man überhaupt noch ein gegner 7 insgesamt wie falls den schon mal nochmal ein mitgegeben den hat es auf die fall gut erledigt die kollegen ach schade ja schade ja 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 boah der glück gehabt den hätte ich auch noch mitgenommen er hat jetzt aber gerade ein bisschen glück der kollege da wir brauchen auf jeden fall noch mal einen jetzt hab ich das ah ja er hat übrigens zwei angezeigt ok und dann haben wir noch einen gegner und wo ist der kollege irgendwo darf ich jetzt nicht gewonnen aufgabe gelöst sechs gegner zerlegt damit haben wir auch die meisten und haben das ding nach Hause gefahren und damit sind wir auch internationaler profimeister weil wir damit dieses liga dieses wenn du diese liga hier hier gewonnen haben also die punktzahl die wir brauchten haben wir geholt so uns fehlen noch die world masters dann aber ich war hier noch da was zu Ende Naja das ist ja unser ziel halt noch irgendwo wagen ja schon nach der form und wie es da kommt jetzt egal kann man schon gewinnen immer ein in den tag so ach das ist ein Turnier. Das ist ein Turnier. Nein. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Sorry Leute, dass ich da jetzt gerade abbreche. Ich dachte mir, oh, du haust jetzt doch schön. Noch mal eine Folge raus, aber das machen wir in der nächsten Folge.